Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann macht ein bedrohliches Wort die Runde. Das Wort von der Heißzeit. Das klingt nach einem unbewohnbaren Planeten, nach einer Wortschöpfung von Panikmächern. Doch sie stammt von einem der renommiertesten Klimaforscher unserer Zeit. Professor Hans-Joachim Schellnuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wir reden nicht über den Weltuntergang. Wir reden davon, ob wir in einer ziemlich warmen planetarischen Umwelt landen oder ob wir vielleicht sogar in einen Zustand rutschen, der für die menschliche Zivilisation nicht mehr geeignet ist. Das ist die Alternative. Schellnuber ist nicht allein. Weltweit warnen renommierte Klimaforscher wie Björn Stevens vom Hamburger Max-Planck-Institut vor den Folgen der von Menschen verursachten Erderwärmung. Dass man irgendwie die Fakten debattieren muss, finde ich empörend oder enttäuschend. Die sollen nicht in Frage kommen, weil es gibt keine Frage dazu. Es gibt viele Fragen, aber das CO2, die Klima wärmt, ist keine davon. Die Zeit, sagt Schellnuber, rennt uns davon. Wir müssen jetzt handeln. Und das bedeutet, raus aus den fossilen Energien. Doch die Wissenschaftler haben seit gut anderthalb Jahren einen mächtigen Gegner, der von all dem nichts wissen will. Der das Klimaabkommen von Paris aufgekündigt hat und Ende Januar vor jubelnden Abgeordneten erklärte. Wir haben den Krieg gegen die amerikanische Energie beendet. Und wir haben den Krieg gegen die schöne, saubere Kohle beendet. Die Kamera zoomt auf einen sichtlich zufriedenen Energieminister. Rick Perry gilt als Skeptiker des vom Menschen gemachten Klimawandels und sitzt heute in Trumps Kabinett. Die Spitze des amerikanischen Staates ist damit Teil einer Bewegung, die seit Jahren versucht, seriöse Forscher zu diskreditieren und den von Menschen gemachten Klimawandel als Märchen erscheinen zu lassen. Dazu zählt die milliardenschwere Familie um den Hedgefondsmanager Robert Mercer, hier mit seiner Tochter Rebecca. Mercer gilt als einer der größten Geldgeber des Wahlkampfs von Donald Trump. Als radikaler Verfechter der freien Marktwirtschaft, als einer, der staatliche Eingriffe hasst. So unterstützt Mercers Stiftung seit Jahren Organisationen, die den von Menschen gemachten Klimawandel bezweifeln. Eine davon, das Heartland Institute. Es veranstaltet regelmäßig Kongresse, in denen es im Kern darum geht, den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel abzustreiten und die Umweltpolitik in diesem Sinne zu beeinflussen. Jay Ler, Wissenschaftsdirektor des Heartland Institutes, in einer Rede im Jahre 2016. In den 90er Jahren haben viele Leute mathematische Modelle entwickelt, die zeigen, dass wir die ganze Welt durch Kohlendioxid erwärmen würden. Das war der größte schwindelnde Menschheitsgeschichte. Das Heartland Institute verfasste einen 13-Punkte-Aktionsplan für Donald Trump und forderte darin unter anderem den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Trump hat das schon erledigt. Unterstützt durch Superreiche wie Familie Mercer. Monitor liegen Steuerunterlagen vor, die belegen, dass die Mercer Family Foundation, dem Heartland Institute, alleine im Jahre 2013 877.000 US-Dollar spendete. Und im Jahr darauf 885.000 Dollar. Insgesamt haben die Mercers binnen mehrerer Jahre einige Millionen Dollar an Heartland gespendet. Auch die Ölindustrie unterstützt die Gegner des Klimaschutzes. Beispielsweise der Öl-Multi ExxonMobil. Auch die ExxonMobil Foundation spendete über mehrere Jahre an Heartland und an weitere Organisationen. Etwa an C-Fact. Das sogenannte Committee for a Constructive Tomorrow. Auch C-Fact stellt sich klar gegen Maßnahmen zum Schutz des Klimas und schreibt. Die wahre Gefahr besteht heute in Gesetzen, die in dem irrigen Glauben umgesetzt werden, dass Menschen den Klimawandel kontrollieren oder verhindern können. Nach unseren Unterlagen spendete die ExxonMobil Foundation an C-Fact in den Jahren 2005 und 2006 hohe 5-stellige Dollarsummen. Danach finden sich keine solchen Nachweise mehr von Exxon. Was heißt das? Wir nehmen über Skype Kontakt auf mit Naomi Oreskes von der Harvard University. Sie gilt als exzellente Kennerin der Klimaskeptiker-Szene. Gespendet werde natürlich immer noch, sagt sie, aber es sei schwieriger geworden, diese Spenden exakt nachzuweisen. In Bezug auf die Finanzierung ist es schwierig, genaue Aussagen zu treffen, weil viele dieser Organisationen in den vergangenen Jahren Schritte unternommen haben, um die Wege zu verschleiern. Aber wir haben eindeutige Beweise, dass Organisationen wie C-Fact und Heartland massiv finanziert werden von der Öl-, Gas- und Kohleindustrie und von anderen Industrien, insbesondere Chemie und Pestizide. Der Einfluss dieser Organisationen reicht weit, bis nach Deutschland. Während unserer Recherchen stoßen wir auf Hinweise, dass die großen amerikanischen Geldgeber über Umwege auch die Klimaskeptiker in Deutschland unterstützen. In Jena sitzt der EIKE e.V., das Europäische Institut für Klima und Energie. EIKE hält die Behauptung vom menschengemachten Klimawandel schlicht für einen Schwindel gegenüber der Bevölkerung. U.a. EIKE liefert die Argumente, die dann von Klimawandelskeptikern in Deutschland genutzt werden. Und die haben es durch die AfD inzwischen auch in den Bundestag geschafft. Im ARD-Magazin Kontraste erklärte AfD-Umweltfachmann Rainer Kraft sogar den Treibhauseffekt zum Hirngespinst. Ende Juni forderte die AfD in einem Antrag, die sogenannte Klimaschutzpolitik so schnell wie möglich vollständig zu revidieren. In ihrer Begründung verweist sie dabei unter anderem auf EIKE. Wir finden auf den EIKE-Seiten ein energiepolitisches Manifest, verfasst auch von zwei exponierten Vertretern der AfD. Michael Limburg kandidierte vergangenes Jahr zur Bundestagswahl für die AfD. Burkhard Reimer ist Chef des Bundesfachausschusses Energie der AfD. Ich glaube, dass viele Leute in dieser Partei anfangs mit dem Klima überhaupt nichts am Hut hatten. Sie haben gemerkt, das Thema zieht irgendwie. Und wenn man da eine Gegenmeinung bezieht, dann hören einem die Leute plötzlich zu. Insofern geht es eigentlich um Profilneurotiker in diesem Fall und nicht Leute, die irgendeine andere, bessere Wissenschaft zu unterbreiten haben. Was genau ist EIKE? Wir machen uns auf den Weg nach Jena, dem Vereinssitz von EIKE. Die Adresse aus dem Internet führt uns zu diesem Haus. Wir finden nur ein schmuckloses Klingelschild. Ein Interview will man uns hier nicht geben. Wir sollen nach Heidelberg fahren zu Prof. Horst Joachim Lüdecke. Lüdecke ist Physiker und einer der Pressesprecher von EIKE. Wir wollen wissen, welche Ziele hat der Verein? Wir sind ein gemeinnütziger Verein von Freiwilligen. Ja, von freiwilligen Naturwissenschaftlern, Ingenieuren und interessierten Laien, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Öffentlichkeit aufzuklären über das, was wirklich los ist in Sachen Klima und Energie. Dazu veranstaltet EIKE wie das Heartland-Institut in den USA Kongresse. Hier treffen sich die deutschen Skeptiker des Klimawandels mit Gleichgesinnten aus verschiedenen Ländern. Bei der Sichtung dieser Bilder entdecken wir auch Prof. Lüdecke wieder und etwas Erstaunliches. Während Lüdecke bei seinem Vortrag umhergeht, taucht im Hintergrund plötzlich ein vertrautes Logo auf. Das Logo der amerikanischen Klimawandelskeptiker vom Heartland-Institut. Und nur wenig später das Logo von Seafact. Was machen die Amerikaner hier? Wir sind hier, um in jeder möglichen Weise die Arbeit von EIKE zu unterstützen. Ich bin hier, um an den Gesprächsrunden teilzunehmen und unsere Sicht zur Erderwärmung mitzuteilen. So, dass die Menschen in Deutschland die US-Positionen zu diesem Problem hören können. Wirklich nur ein bisschen fachliche Unterstützung durch Seafact? Wir haben Zweifel, denn in Jena sitzt laut Vereinsregister der Verein Seafact Europe unter derselben Adresse wie auch der Präsident von EIKE. Zufall? Was sagt der Pressesprecher von EIKE dazu, dass ein Institut, das in den USA auch von der Gas- und Ölindustrie finanziert wird, unter der gleichen Adresse zu finden ist wie EIKE? Ihr Vorstand und auch Gründer ist ja auch Gründer der Seafact Europe. Bitte? Seafact Europe? Kenn ich nicht, weiß ich nicht. Da gab es mal irgendwas, weiß ich nicht. Sie kennen Seafact nicht? Nö. Heartland Institute? Ja, irgendeine, das ist in den USA eine, aber ich weiß nicht, Näheres weiß ich darüber nicht, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, Sie haben gar nichts mit Seafact Europe oder mit Seafact und mit dem Heartland Institute zu tun? Also ich persönlich nicht. Lüdecke kennt Heartland und Seafact also nicht. Merkwürdig, wenn man diese Bilder sieht. Und es bleibt nicht die einzige Merkwürdigkeit. Über einem Aufsatz, den Lüdecke als Vertreter von EIKE verfasst, steht eine E-Mail-Adresse, wohl für Rückfragen. Sie lautet info at seafacteurope.org. Der amerikanische Seafact-Chef Craig Rucker, links, gibt gemeinsam mit einem Vertreter von EIKE eine Pressekonferenz. Wir fragen beim EIKE-Präsidenten in Jena nach. Wie stehen Seafact, Seafact Europe und EIKE zueinander? Eine Antwort auf unsere Fragen bekommen wir aber nicht. Wir fassen zusammen. Es gibt klare Verbindungen zwischen der US-amerikanischen und der deutschen Szene von Klimaskeptikern. In den USA werden die Klimaskeptiker unter anderem von konservativen Superreichen und der Öl- und Gasindustrie finanziert. Und sie unterstützen Institute, auf die sich in Deutschland auch Politiker der AfD berufen. Um einen Klimawandel zu leugnen, der für Wissenschaftler wie Reto Knutti aus Zürich nicht mehr geleugnet werden kann. Wir sehen den menschengemachten Klimawandel überall. Die Temperaturen steigen, die Wettermuster ändern sich, es regnet mehr, es regnet weniger, der Meeresspiegel steigt, die Gletscher schmelzen, die Eiskappen schmelzen, das Meereis schmilzt. Es ist absolut unbestritten, dass der Klimawandel real ist und der größte Teil ist menschgemacht.